Servus Leute und willkommen zu meiner siebten Folge Sea of Thieves. Ja, heute werden wir mal gemeinsam mit dem Martin eine Athenas Mission machen. Diese bekommen eigentlich erst ab Level 50 in drei Fraktionen, also wenn man Piratenlegende ist. Aber ein netter Kollege von uns hat uns eine Athena gegeben und die können wir dann machen. Und im Anschluss daran sind wir noch in die Taverne der Legenden gekommen. Viel Spaß! Jetzt schau mal. Zwei Malone Cove, Cresc and I. Okay. Ja, helf mir. So, bist du zur Reihe umgegangen? Äh, nee, Floan Cove habe ich nicht gefunden. Das hast du gestern auch nicht gefunden. Ich weiß. Ähm, Floan Cove war hier. Achso, ich sollte noch markieren, wie oft, was wir, wie viel, was ist, ne? Auf Lone Cove sind zwei. Ein bisschen das. Ja. Und dann noch bei Crook's Hollow ist eine. Und zwei Slops of Plenty. One Crook's Hollow. Grosse of Plenty habe ich. Scrook's Hollow war hier drüben. Wir haben acht Skelette auf Cresc and Ile. Cresc and Ile würde ich sagen. Und dann fahren wir hier hoch zum Außenbosten und dann da umkoffen wir wieder runter. Gut. Hast du schon Anker? Ja, hast du schon. Sag mal. Nein, keine Flasche. Nee. Ja, schade. Packt mir jetzt nichts. Hier sind die acht Bosse. Ich kann nicht sprinten, ich kann nicht sprinten. Scheiße. Ich will nicht so. Hab ich mir gedacht. Ja, Mann. Er ist im anderen Lauberkreis. Es. 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 Es wie countersieren. Schleierst du. Mal laugieren! In avenue geht es für mich? 2 stück eine Einer? Einer. Ne, keine, ja, keine. Jetzt aber auch. Späuch ist auf Plenty. Späuch ist auf Plenty. Genau in den Norden. Bist du drauf? Ja. Äh... Ja! Du schaubst doch nicht! Zum Peter! Hinrich? Jetzt ist er wieder, oder? Ja, das ist er wieder. Ach komm, Pflanzen, Alter. Seide. ... zu Karan. Seid ihr in den Kran? Stimmt's? Sanctuary. Wofür werden wir geladen bleiben. Natürlich. Ben, wir haben noch Sprengpourg oder was? Was müssen wir hier machen? Ah, da ist sie doch. Ein Rätsel, ein Rätsel und Drohnen abholen, oder so, für Kisten wieder. Suchst du nach einem verworbenen Zeichen, was an deinen einsamen, erhabenen Fels in Nacht gereicht wird. Geil. Ähm, das Boot von denen? Die stehen immer noch auf einer Insel. Ja. Ja, gut. Und ja, das Grab des geriebten Kailas. Warte mal, ich hab acht Schritte gemacht. Oh, okay. Ich dachte gerade, ich hab's. Warum geht man die richtige Schrittanzahl? Schon geht das. Nein, du Spast, Alter. Gut am Bauch. Ich hab ja mal... Ich hab mal wieder ans Steuerrad... Hallo! Pfff! Nach links! Ja! Ja! Warte mal, das sind hier die Steine und die Felswand ist da. So. Ich hab' da mal getroffen. Ich hab mich nicht mit dem Lockdown auf den Knopf zu nehmen, weil ich nicht mit dem Lockdown zu nehmen. Was ist das? Ich habe die 3. Ich habe die 3. Ich habe die 3. Ich habe die 3. Oh. Oh, der ist der 1. Und jetzt spawnen wieder 10.000 Skelette, die ewig lange nicht aufgehen. Äh, Galeone neben uns. Ah ne, das ist ein Skelett. Die hat ein gelbes Segel, Digga. Die hat ein gelbes Segel. Die hat ein gelbes Segel. Gut, los geht's. Die hat ein gelbes Segel. 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 Und ich habe 2 Waffen dabei, Alter. Die hat ein gelbes Segel. 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 Ich will wissen wie das Lied heißt. Das ist glaube ich kein Lied. Das einzige was ich verstehe ist We Should Sail Together. Ja ja. We should sail together. Ich frage mich nur, was da drinnen ist. Ja, das wüsstest du gern. Das wüsste ich gern. Ich fahr da jetzt einfach voll rein. Ich hab jetzt keine Lust einzuparken. Ja. Haben wir noch irgendeine Kiste? Ähm, ne, die Plünderer's Kiste von eben haben wir ja nie besucht, aber das wär für Eva schön in der Zeit gewesen. Ja. Ich glaub nicht, dass ich Löffel rein werde. Na ja. Ich bin kurz davor. Hätte ich die Kiste ausgekramen, hätte ich's geschafft. Aber... So schön. 6.000 So, muss man schon mal in die XP reinkommen? Oh, ja, ja. Wegen der Schatzjäger. Komm schon. Zack. Jawohl. Na, was ist das denn für eine Maschine? Was? Der schaut ja mal übelst dick aus mit seinen Namen. Er hat aufgemacht. Und ist geläftet. Warte mal, können wir jetzt, wenn du drinnen bist, können wir jetzt hier unten? Nein. Theoretisch hier schon. Jetzt müssen wir da durchkommen. Oder ich müsste aus rein. Weiß ich nicht. Wir können los, ne? Ja, ich glaube, jetzt müssen wir durchkommen. Nee, ja, ich wurde gebrochen. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich glaube, die waren am Level 3. Ja, kann man sich gönnen. Ah. Stiefel, Gürtel, wo sind sie an der Schule? Jawohl. Schwer, das ist so geil. Oh, ja, alter. So, wo kann man das ausrasten? Kleider drücken. Anpassungskleider. Boah, die sehen schon geil aus. Oh. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge Sea of Thieves. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So.